Die Volksinitiative will verbieten, dass Institutionen wie die Nationalbank oder Pensionskassen die Herstellung von Kriegsmaterial finanzieren. Damit wollen die Initianten dazu beitragen, Kriege zu verhindern und Fluchtursachen zu bekämpfen. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Eine Annahme könnte negative Folgen auf die Renten und die Schweizer Wirtschaft haben. Worum geht es im Detail? In der Schweiz dürfen keine Atomwaffen, biologische und chemische Waffen hergestellt werden. Die Herstellung von Personenminen und Streumunition ist ebenfalls verboten. Diese Waffen dürfen auch nicht gehandelt oder finanziert werden. Die Initiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten will das bestehende Verbot ausweiten. Sie fordert, dass Schweizer Institutionen wie die Nationalbank, AHV und IV, Stiftungen und Pensionskassen in keiner Weise mehr Waffenproduzenten finanzieren dürfen. Das bedeutet, dass Rüstungsunternehmen erstens keine Kredite gewährt werden dürften, zweitens dürften die Schweizer Institutionen keine Aktien von diesen Unternehmen kaufen und drittens wäre es verboten, in sogenannte Fonds zu investieren, die solche Aktien enthalten. Als Kriegsmaterialproduzenten bezeichnet die Initiative alle Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit Kriegsmaterial erwirtschaften. Somit betrifft die Initiative zum Beispiel auch Unternehmen aus der Flugzeugindustrie. Wenn sie grösstenteils Passagierflugzeuge bauen, jedoch auch Teile für Kampfflugzeuge herstellen, dürfte nicht mehr in sie investiert werden. Das gleiche gelte für ein KMU aus der Metallindustrie, das unter anderem Teile für Waffen herstellt. Schliesslich verlangt die Initiative, dass sich der Bund national und international dafür einsetzt, dass auch Banken und Versicherungen nicht mehr in Kriegsmaterial investieren dürfen. Das Initiativkomitee argumentiert, dass jährlich Milliarden von Franken von Schweizer Finanzinstituten in die internationale Rüstungsindustrie fliessen. Dieses Geld finanziere Waffen, die auf der ganzen Welt gegen Menschen eingesetzt würden und grosses Leid anrichteten. Diesen Geschäften schiebe die Initiative den Riegel. Bereits heute gäbe es Pensionskassen, die nicht in die Rüstungsindustrie investierten und trotzdem genügend Rendite erwirtschaften könnten. Bundesrat und Parlament argumentieren, dass das geltende Gesetz die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bereits verbietet. Es lasse aber Investitionen in international etablierte Finanzprodukte zu. Die Initiative hätte kaum Einfluss auf den internationalen Waffenhandel. Die Schweiz könne anderen Ländern die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten nicht verbieten. Die Initiative würde daher nur die Schweiz treffen. Sie könnte negative Folgen auf die Altersrenten, den Finanzplatz und die Industrie haben. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen.